Oh, du musst ihm den Huck geben! Yes! Baby! Jawolle! Freunde, unser fantastischer Cutter, der Mike, der macht gerne Best-Offs von uns. Immer aus genau einem Monat Streaming-Content. Auch hier wieder ein fantastisches Video zusammengeschnitten, das wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Oh, das ist zu schlecht. Vielleicht spielen wir dein Spiel, wird dich aufreißen. Okay. Ach, weißt du was? Content-Reste-Verwertung. Let's go! Oh, hier ist unser, hier sind keine Reste. Hat der Mike gut zusammengestellt. Unser Best-Offs! Let's go! Ah, Leute, ich hab so viele Firmen, das ist alles so anstrengend. Guter Schrift. Ist doch einfach ein geiles Zitat einfach. Mega! I'm rich! Nein, ich schlafe nicht mit einer Mitarbeiterin, da sie Miteigentümerin ist. So ist es. Äh, ist das alles okay. Ja? Wobei das auch schon ein bisschen cool wär, oder? Der war auch echt schwierig. Hi! Ich bin Olli und ich hab einen schwierigen Humor, es tut mir leid. Warte mal, aber das ist echt, ist das, ist das, ist das, ist das Olli? Ist auch... Ich, ich... Ich liebe es, wo Olli ist. Mich hat mehr Olli gekillt, hätte ich gedacht. Noch mehr als der Clip. Der Song war aber auch wirklich, in diesem Moment, es war Schnittgold. So, scheiße! Anne, Anne und ich haben heute einen Koi gestreichelt. Oh, wart ihr im Gartenzender? Olli, du sollst ihn doch nicht so nennen. Ja, waren wir. Wart ihr bei Pflanzenkölle? Bei Pflanzenkölle, Alter, haben wir sowas vor. Ich liebe den Koi! Die sind geil, ne? Der ist mega! Hast du, hast du mal deinen Daumen reingehackt? Nee, Digga, ich hab äh... Da hast du ganz andere Sachen. Die Schlange bei den Futterkugeln war... Olli hat seit heute auch Hausverbot. Nehmen Sie einen Penis aus dem Fisch! Der Fisch macht das freiwillig! Gucken Sie doch mal, wie er saugt! Wenn der Koi das nicht will, sollte er nicht nackt schwimmen. Oh Gott! Oh Gott! Das, Freunde, ist unser durchaus... Ich kann mich nicht daran erinnern! Nee, besser ist... Man muss ja nochmal sagen, Freunde, ne? Konzent superwichtig! Ja, ich hoffe, ihr habt alle ne kleine schwarze Humor-Ader bei uns. Wir sind alle dem schwarzen Humor doch ein bisschen näher. Als es manchmal gut ist. Ich möchte ganz kurz nochmal erwähnen... Achso, oh... LOL! Ich dachte gerade, du willst was sagen, aber... Nee. I'm sorry. Ich möchte ganz kurz nochmal erwähnen, dass... Paul Stär mich und einen komplett besoffenen Alexander Dobrindt am Grill im Innenhof des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur in Berlin davon abgehalten hat, sich zu prügeln. Mit Dobrindt! Mensch, Freunde, wir würden niemals Politiker hauen. Never! Also... Nein! 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 Nein, nein, nein! Ihr tauscht mit euren Mitarbeitern für ne Woche die Plätze. Also sie streamen und ihr macht die Regie. Na, die machen ja auch mehr als die Regie am Ende. Ich kann... Das hab ich heute, ich saß da schon wieder, ich kann ja fast alles nicht, was die können. Warte ganz kurz, ich setz da einen drauf. Wenn Jan vorher dran war, krieg ich's nicht mal an. True! Ja! Fernseher einschalten. Dann ganz gut. Sechs, sieben. Kücher. Kücher. Ja! Und dann gehst du in die Küche weiter. Ja, nee! Und dann machen. Und den Fernseher. So schnell ist das jetzt wirklich nicht. Doch! Allein, wenn die Reihenfolge bei den scheiß Switches am Anfang nicht stimmt, geht's nicht. Nee, dann springt die Sicherung raus. Dann kommt die Sicherung vorbei. Dann kommt nämlich die fucking Sicherung und dann ist es ganz vorbei. Weil dann muss ich in den Serverschrank krabbeln und das mach ich nicht. Aber weißt du, wie viel Strom so eine LED in so einer Steckdosenleiste zieht, Alter? Wer soll das bezahlen? Da müssen wir schon mal... Ich bin ja schon froh, dass Jan nicht einfach vom ganzen Gebäude noch eine Sicherung irgendwo mal gefunden hat. Im Keller so einen riesen Switch, den man so mit dranhängen umlegen muss. Genau, einfach Hauptleitung so einen Schalter dran. Ja. Wenn er die ausmachen könnte, er würde es tun. Ja. Ey, das klingt als optisch. Oh Gott, ich habe genau in dem Moment das Meme gemacht. Was? Digga, wenn es davon einen Clip gibt, dann ist das auf die Sekunde. Also, was war das? Den Kopf in den Nacken? Bei Nasenbücken? Oh mein Gott, ich habe das mein Leben lang falsch gemacht. Kopf nach vorne. Oh mein Gott, ich wollte dir nichts tun, Dark Reaver. Es tut mir total leid. Danke für eure Aufklärung. Nach vorne. Ich bringe Leute um. Übrigens, Freunde. Wirklich, lieb gemeinter Rat von mir an dieser Stelle. Falls ihr euch erschießen wollt. Servicetipps mit Flo, gute Laune, jo. Weiter geht's. Schmutz. Mike, du musst schneller Best-Offs machen. Passt doch gut, oder? Fühlt sich wohl, dass... Ja, war der Typ 1,05 m groß. Der kam rüber wie ein Umpa-Lumper in der Kameraeinstellung. Da war vielleicht auch Umpa-Lumpas. Deswegen läuft es so gut bei den... Charlies Puzzmaschinenfabrik. Immer noch witzig Oh, you gotta give him that fuck Yes, baby Jawollek Digga, Möwen sind so krass Das war so schrecklich Die Lache von dir ist auch so gut Digga, Möwen sind so krass Wie die einfach Sachen runterschlägen können Na, Oli, wie viele Hühner schaffst du? Also keine Waffen, nur ich Nur ich und die Hühner Keine Waffen und Hühner 300? Avengers! Assemble Keine Waffen war doch die Ansage Ja, ja Er dachte sich, geh schon mal rein in den Laden Und dann geht die Tür ja hinter einem zu Und dann kommt man ja nicht mehr raus Ja Da hat sie festgestellt Oh, Papa kommt ja doch noch nicht mit Ich muss zurück Ja Komm aber nicht zurück Ei, ei, ei Bin halt gefühlt eingesperrt Ah Ich sehe das Gehe ganz kurz rein Also es ist wirklich, es ist daneben Ja Gehe rein Ich bin immer noch sauer Nimm meine Tochter Gehe wieder raus Ein Typ drückt meinen Pfandbon aus Drückt den mir in die Hand Und fängt an, seine Flaschen reinzuschmeißen Wenn meine Tüten noch daneben stehen Wow Alter, war ich sauer Wow Jo, wie wenig Zeit im Leben hast du Und dann sagt er eiskalt noch zu mir Ja, hier, die Flaschen abgeben Oder um die Tochter kümmern Sie haben ja nur die Wahl zwischen beidem Ich war, ich wollte dem wirklich einfach in die Fresse hauen Disclaimer würde Paul nie tun Ich liebe dieses Bild auch einfach Es war sehr oft in dieser Compilation Freunde, das war unser Juni Zumindest in sehr, sehr filtrierter Form Wir sind ja fast jeden Tag online Dementsprechend, das waren knapp sechs Minuten Aus sehr, sehr vielen Stunden Streamingzeit Kommt gerne mal vorbei Twitch.tv slash DrFreud Lasst ein Follow da Und dann seid ihr vielleicht schon bald mit dabei Vielen Dank, Herr Maik, für dieses köstliche Video Es hat sehr viel Spaß gemacht Oh man, ey, das war echt witzig Ich freue mich Ich fühle mich